Diese Filter entscheide jetzt, wieviel Schichten ich pro Make-up-Step mache... Step mache... No... 47 Schichten Foundation! Ähm, ich werde da jetzt mit so einer kompakten Foundation beginnen, weil ich Angst habe, dass das sonst viel zu lange zum Trocknen dauert. Vier Schichten, ja? Vier. Wir steigen um, Schicht Nummer 5. Weil ich die Foundation jetzt kurz gelassen habe... Oh, ich hab gespuckt. Oh! Gut, die neun Schichten machen sich langsam bemerkbar. Schicht Nummer 10. Wir sehen uns bei Schicht Nummer 20 wieder. Okay, Schicht Nummer 20 und langsam wird das tragisch. Die Foundation trägt sich schon selbst ab. Wir machen weiter. Schicht Nummer 30 und es ist einfach nur mehr widerlich. Und ich muss noch immer 17 Schichten haben. Wir sind jetzt bei 31. 34. 37. Schicht Nummer 40. Wir sehen uns bei 47 wieder. Es fühlt sich furchtbar an. Es sind jetzt 47 Schichten und ich hasse diesen Filter. zugreifen. Wir sehen uns bei 11. Not der Julge ein.